Das ist ganz schillig. Ach, keiner auffliegen. Schade. Ampel. Pumpe. Vielleicht für die Pumpe vorspringen, als einen wegschubst so. Das, genau. Das Problem ist, da ist ein Invisible Wall. Trieber. Warum hab ich eigentlich so wenig Ammo gerade? Ich kann das auch. Aber jetzt hab ich ja mal alles voll. Was ist alles falsch? Hier, nimm du ruhig. Ich brauch ja noch genug. Aber trotzdem. Du hast ja gerade noch Shotgun. Sollten wir dich irgendwie von der Ammo-Renegade bekommen die ganze Zeit? Ja nö, hab ich gerade nicht. So. Kann ich machen, wenn du willst, wenn du das brauchst. Dann hab ich ja noch genug. Animated Echo Series. GG. No, he's not. Hahaha. Nope. Noo. Bitch, shut up. Ha. Lass auf die Pumpe. Komm, steh her, ich will Fahrstuhl fahren. Ja, aber... ...Fiecher töten, na gut. Flying Noobies. Ist gar nicht nötig. Sind die Munition nicht wert? Wow. Yeah. Ist das so geil, wenn man in einem Fahrschuh springt. Plötzlich die Farbe ganz woanders. Uh. Ja, wenn du auch unter Wasser. Ist richtig chillig. Fancy. Gibt es eigentlich Mods für Borderlands? Nee, leider nicht. Das wäre so geil. Borderlands 1 gibt es. Alter, das wäre so geil, wenn die einfach mal hier so eine Modding Community hätten und richtig geile Mods machen würden. Warum? Springt man da rüber? Warum? Wow, da kommt so ein Giant Crab Vieh, wo ich mich noch heben kann. Crab Knight. Ja, geil. Boah, das war's dann wohl. Das war ganz arg. Lol. Die Dinger können auf dem Rücken liegen bei den Crab Knights. Dann kommen sie nicht wieder halt richtig rum. Richtig stylisch. Richtig stylisch. Ja, aber ist geil, dass sie das so in Spiel anbauen müssen. Ja. Ist halt was Neues. Wow. 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 Einfach mal gefuckt hier. Ja, aber richtig. The fuck. Egal, der Hoxswain ist richtig OP. Das Ding ist ja, du musst mich kurz kriegen und bin jetzt tot. Ja, ich weiß, ich weiß. Too late. Oh, sch... Warum... ...sterbst du so schnell? Hehehe. Ehh... Gute Frage. Ja, dein Timer hat sich wohl nicht resettet. Du warst ja schon einmal down. Ja, scheiße. Was ist passiert leider? Ich warte dann mal grad auf dich noch. Ding, 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 ding. Fast da. Ja, ich weiß, was wir durch den Tunnel gehen. Das ist ein Fisch. Das ist ein Clown-Fisch. Kann ich mal aufhören, betrunken zu sein? Echt mal. Scheiß Mordnose. Mann, Mann, nimm mal die Scheiß-Ständen hier, ey. Mal mit's aufhören. Schleppen. Ja, find ich auch. Ich fehl grad richtig, die Mauer hochzukommen. Auf Außenraum. Lippe. Ich kann rüber springen. Oh. Swag. Jammer. Oh. Savage. Geil. With honors. Gott, ist das geil. Ist das geil. Ich steh grad auf dir, oh mein Gott. Runtergeflutscht von dir. Flutsch. Gibt's da tief? So, Flutscher. So. Oh, wunderschön. Sweetie. Yo. Yo. Oh, ach so, die Tür hat mich leicht weggeschippst. Joa. Das ist nirgendwo. Ach, das war das. Okay. Das Viech, ja. Dann ist hier so ein Giant-Ding, aber Level 79 nur. So, warte, wie? Okay. Okay. Oh. Bei mir war einfach schon oben gespawnt. Ich hab geschossen, da bin ich's drauf. Bei mir ist grad rausgekommen. Aha, geil. Ja, der BB dann auch. Der war gespawnt und plötzlich krabbelt dann wieder aus dem Boden raus. Obwohl er schon da war. Richtig random. Gut. Alter, die Crab Knights sind... Alter, die waren wirklich fertig hier. Ich hab grad richtig viel Damage. Voll und geil. Komm schon, Granate. Du musst auch healen. So, geht doch. Ich muss schon sagen, meine Granate healt doch eigentlich. Sicher. Ja, macht sie auch. Wenn ich meine Kloch mal so noch in der Hand, von nachher. Double heal eigentlich. Ja, die Granaten, die brauchen ein bisschen. Weil die haben eher so Live-Orbs und die fliegen dann nicht zu dir. Ja, ja, klar. Genauso wie mein Phage-Lock. Wow. Wow. Es rollt von hinten. Ei. Von der Zufall, dass die Pröger grad an hochgefahren kommen, so. Aha. Das ist Borderlands. Oh, lol. Wir sind Savage-Borgas. Oh. Es gibt garantiert auch Witch-Doctors. Yeah. Oh, nee. Das ist ein Image-Doctor. Ach ja. Da haben wir eine Backstory. Alter, ey. Witch-Doctors. Oh mein Gott. Die Money-Shot-Chain. Oh mein Gott. Ach ja, Salvador. Es reicht nicht einfach nur zu töten, oder? Bist du, kriegst irgendwas? Wenn das Ding jetzt nicht wegklar ist, springt es einfach mal weg. Was, springt es wieder hier hin? Ne, ich krieg nichts mehr. Springt die ganze Zeit rum, scheiß Wackert. Bist du denn überhaupt? Hier drüben. Zu deinem Busch? Nee, springt scheiß Wackert wieder weg, Alter. Ja. Warum ich denn? Busch? Zugucken, Busch. So. Ah, okay, nice. Die Wackert springt immer von mir hin und zurück und zurück. Okay, wir haben gerade jetzt immer so einen großen Boss-Wackert gemacht. Ja. Halb so wild. Ja. Solange ich denke, dass Sand gegen Feuer ist, ist easy. Ja, wir haben Facelock. Ja. Facelock und dann schwimmen mit der... Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Witch-Doktor, weil die Gegner leveln. Oh ne. Das machen die Witch-Doktor. Ja, da drüben sieht man den schon. Alter, hier ist schon... Paralyzing Witch-Doktor. Da drüben ist sie schon. Okay. Da sind die Kommende nicht... Oh, der unten ist einer. Unter drüben ist einer. Der Witch-Doktor ist ein Zirkus. Seid. Ami. noch teilgesehen ja das kann man in face gesprungen habe ich da um verkacken alter ich bringe nachher ins gesicht gesprungen unnötig wir haben aber draußen bleiben der meister ist ja immer eine sache hier da so spricht schon wieder im gesicht ja okay habe ich getötet ich sagst die ganze zeit da ist er hinter mir nein da waren zwei jetzt eben habe ich getötet das ist noch nicht wahr jetzt machen es ist immer das ist ein geiler oder das ist von mir ein witchdoktor das ist jetzt erzeugt sehr gut weiter geht es sehr effizient Sehr effizient. Ja. Sehr effizient. Sehr effizient. Die Mission ist geil, wo die Frau die Anzahl sagt. Sehr effizient. Sehr effizient. Haben wir jetzt angemacht? Weißt du nicht? Ich meine nicht. Oh ja. So, wir haben es wahrscheinlich nicht gemacht. Wir haben jetzt nicht so viele Side-Missions gemacht bis dann. Tja. Wow. Okay, hier ist irgendwo wieder ein Witch-Doktor. Alter, diese Crap-Noids, ne? Echt? Heftig. Ich hab den Witch-Doktor gefunden. Ich hab... Und einen Badass, oh fuck. Ich hab hier gerade einen Skilled Warrior noch. Oh, ich wechsle immer gleich... Ich wechsle immer gleich zu... ...Hirald. Badass-Savage, mal kurz in die Luft. Ich nehm gleich echt die Herald, weil... ...die haben alle Schilde und so... ...und da ist Explosion geiler als... Badass wieder hoch. So, Badass, Badass down. Die Crap-Noids sind immer dabei, mich zu killen. Ja, die helfen richtig. Die sind voll stark. So, hier ist der Scheiß-Witch-Doktor. Oh, die Freien soll ich ja mal aus Face machen. Ja, ich weiß, aber es macht denen ein bisschen Damage trotzdem was hochheben. Und zieht die ganzen Gegner dahin, was ganz nice ist. Ja. Dann treffen wir trotzdem alles mögliche andere dabei. Okay. Scheiß Crap noch heute, Digga. Ich hab Jay. So, ich wechsle immer... ...Herald. So. Jetzt wird... ...zerstört. Jetzt erst? Ja. Die Herald ist halt gut gegen alles. Einfach gut. Ist das denn ein Ei? Ist das denn ein Pod? Boah, du geile Spitzer. Ja, ne? Oli-Matic spritze. Ich spritze einfach von ihm. Boah, da sind so Regenbogen. Oh, geil. Richtig männlich. Okay, Kollege will gerade GTA zocken. Was ist los? Ist so gefragt hier. Ja, voll busy und so. Hallo. Macht er jetzt irgendwas? Ja. Ich glaub, du musst aus dem Weg gehen. Ich hab' geblockt, wie geil. So. Weiter ist Blatthorn. Was macht der hier? Der muss ein bisschen suchen. Wie so'n Stiftelhund, so'n Spurhund. So, ja, okay. Ja, du suchst ein bisschen den Böschchen. Der garantiert nicht mal ne Nase. Sicher? Das guck ich mir jetzt an, ey. Kann man stehen. Ich muss an den Böschchen. Da. Ja. So.